Hallo, schön, dass du dabei bist heute. Mein Name ist Valerie Fernandes und ich bin Medium und Coach. Ich führe regelmässig geführte Einzel- und Gruppenmeditationen durch und heute möchte ich dir mit diesem Beitrag ein Geschenk machen und im Anschluss mit dir eine Reise machen. Wenn ich diese geführten Meditationen schreibe, lasse ich mich immer von meinem Team aus der geistigen Welt leiten. So sind die geführten Reisen für die Einzelperson oder die Gruppe immer stimmig. Heute habe ich mich dazu entschlossen, eine geführte Meditation live zu sprechen. Das heisst, ich habe mich nicht vorbereitet, sondern lasse mich durch die geistige Welt leiten und bin selber sehr gespannt, wo die Reise mit dir heute hingeht. Wenn du dabei bist, dann kannst du dir jetzt einen ruhigen Platz suchen, wo du für einen Moment ungestört sein kannst. Wichtig ist, dass du für dich eine bequeme Position findest. Das heisst, wenn du gerne liegen möchtest, dann leg dich hin. Wenn du lieber sitzen möchtest, dann setz dich hin. Das ist egal und für dich, wie du es für richtig hältst. Achte einfach darauf, dass du genug warm hast. Genug warme Füße vor allem, weil ansonsten wird das Entspannen wahrscheinlich schwierig. Wenn du nun für dich einen Platz gefunden hast, wo du dich wohlfühlst und dich installieren konntest, so wie es für dich bequem ist, dann kannst du als erstes einfach die Augen schliessen. Schliess deine Augen und nimm einfach ein paar tiefe Atemzüge. Atme tief ein und aus und achte darauf, dass du tiefer einatmest und ausatmest, als du es im Alltag gewohnt bist, so dass du dich schon langsam in eine Entspannung begeben kannst. Nun lässt du die Augen geschlossen und stellst dir vor, wie aus deinen Füssen oder wenn du du liegst aus deinen Fersen lange und starke Wurzeln in die Erde wachsen und dich so mit der Mutter Erde verbinden. dann gehst du zu deinem Herzen, öffnest dein Herz und lässt deine Herzensemergie fliessen. Und dann gehst du zu deinem Kopf, genauer zu deinem Scheitel, wo sich dein Kronenchakra befindet und stellst dir nun vor, wie von deinem Kronenchakra aus, lange und große Äste zum Himmel wachsen, um dich mit oben auch zu verbinden. Deine Reise beginnt auf einer Wiese, eine schöne Blumenwiese. Du stehst mitten auf dieser Wiese und schaust umher. Es hat wunderschöne und vielefarbige Blumen. Wunderschöne Schmetterlinge, die Vögel zwitschern, die Luft ist rein und du atmest tief ein und aus. Nun überquerst du diese Wiese. Indem du gehst, nimmst du jedes Detail wahr. Du siehst den blauen Himmel, die Sonne, die scheint, diese Vielfalt an Farben. Du riechst diese reine Luft und fühlst dich wohl. Nun siehst du von Weitem einen Wald und gehst auf diesen zu. Du nimmst es gemütlich. Du hast es nicht eilig und kannst dir alle Zeit lassen, die du möchtest. Am Waldrand angekommen siehst du einen schönen Platz. Dieser ist kreisförmig und hat Baumstämme, auf denen man relativ bequem sitzen kann. Du entscheidest dich dort eine kleine Pause zu machen. Du setzt dich hin und schliess deine Augen und geniesst einfach diese Stille um dich herum. Du hörst das Vogelgezwitscher und ansonsten ist es einfach angenehm, ruhig und still. Tauche ein in dein Inneres. Und spür in dich hinein, ob da etwas ist, was du nicht mehr brauchst, was du gerne loslassen möchtest. Dies können alte Muster sein, es können Ängste sein, es können auch Gegenstände sein, die dir einfallen, die du nicht mehr möchtest. Egal, was dir jetzt in den Sinn kommt, es ist stimmig und für dich richtig. Lass dir Zeit und spüre tief in dich hinein. Es können auch mehrere Dinge sein, die du gerne loslassen möchtest. Vielleicht sind es Zweifel, negative Gefühle, wie nicht genug gut zu sein, nicht zu genügen. Vielleicht spürst du Trauer, die du gerne loslassen möchtest. Ich werde jetzt einen Moment nicht sprechen, damit du kurz in dich hineinspüren kannst. Ich werde jetzt einen Moment nicht sprechen, damit du gerne loslassen möchtest. Nun, wenn du fündig geworden bist, dann gehst du mit dem, das du loslassen möchtest, weiter. Dein Spaziergang geht durch diesen Wald an einen ganz bestimmten Ort. Du spazierst auf diesem Waldweg. Die Temperatur ist angenehm. Du nimmst die Natur wahr, du schaust dich um. Du siehst diese schönen Bäume, riechst die Waldluft. Und auch jetzt fühlst du dich wohl und bist entspannt. Du atmest tief ein und aus und gehst weiter. Plötzlich hörst du ein Plätschern und so folgst du diesem Geräusch. Je weiter du gehst, desto lauter wird dieses Plätschern. Und nun kommst du an einen wunderschönen Platz. An diesem Platz hat es einen kleinen Wasserfall. Und vorne ein kleiner Tümpel, in dem man sogar auch baden könnte. Dein ganzes Paket oder die eine Sache, die du loslassen möchtest. Nimmst du nun mit und stellst dich unter diesen Wasserfall. Das Wasser ist angenehm warm und in deiner Vorstellung lässt du alles los, was dir vorher in den Sinn kam. Das Wasser spült alles mit. Es reinigt dich und nimmt alles mit, was du nicht mehr brauchst und nicht mehr möchtest. Es wird mitgenommen und transformiert. Stell dir einfach vor, wie dieser Palast von dir abfallen kann. Auch da lass dir Zeit. Ich lasse dir einen kurzen Moment Zeit in Ruhe und in der Stille, damit du das alles loslassen kannst. Ich lasse dir einen wunderschönen Schönen. Nun konntest du loslassen und fliessen lassen. Du spürst, wie du leichter bist, wie diese Last von dir abgefallen ist. Nun gehst du aus dem Wasser und legst dich einen Moment auf den Boden, um dich von der Sonne trocknen zu lassen. Die Sonne fühlt sich warm und wohlig an. Und du kannst mit dem Sonnenlicht und der Wärme deine Batterien wieder aufladen. Nun geht deine Reise noch ein bisschen weiter. Du verlässt diesen schönen Platz und spazierst weiter durch den Wald. Nun fühlt sich der Spaziergang aber anders an als vorher. Du fühlst dich leichter, befreiter und einfach wohl in deiner Haut. Du nimmst es gemütlich. Der Weg ist sehr einfach zu gehen. Es geht weder stark bergauf noch stark bergab, so dass du es ganz gemütlich nehmen kannst. Von weitem erkennst du, dass du an eine Lichtung kommst. Und gehst dorthin. Dort empfängt dich eine Person. Und zwar jemand, der dir sehr wichtig ist. Es kann eine Person aus diesem Leben sein. Es kann jemand sein, der bereits verstorben ist. Es kann aber auch jemand sein aus der geistigen Welt. nicht ein Engel oder ein Helfer aus deinem Team. Ganz egal, wer jetzt vor dir steht. Es ist für dich richtig und stimmig. Es kann auch ein Tier sein. Vielleicht stehen dort ein Tier und eine Person. Egal, was du siehst und wahrnimmst, nimm es so für dich als stimmig. Diese Person, die da auf dich gewartet hat, nimmt dich mit, wortlos mit. und führt dich zu einer Feuerstelle, wo ein wunderschönes Feuer brennt. Die Person setzt sich mit dir an dieses Feuer. Ihr setzt euch nebeneinander. Und nun gebt ihr euch beide Hände. Wenn es ein Tier ist, wenn es ein Tier ist, auch die Pfoten und die Hände. Auch da, egal wie und was ihr wahrnehmt, es ist richtig und stimmig für euch. Und nun öffnest du dein Herz. Dein Gegenüber macht dasselbe. Dein Gegenüber ist heute da, um dich aufzuladen mit ganz schöner und positiver Energie. Ihr gebt euch die Hände, schließt die Augen. Und dann lässt du einfach zu, dass die Energie fliesst. Es kann sein, dass du ein Krippeln spürst in den Händen oder sonst im Körper. Dass deine Hände warm werden. Es kann aber auch sein, dass du nichts spürst. Auch das ist richtig und stimmig. Fühl und nimm einfach wahr, was jetzt kommt von deinem Gegenüber. Was mit dir geschieht. Was du spüren und erleben darfst. Auch jetzt bin ich kurz still, damit du diese Energie wahrnehmen darfst. Was mit dir geschieht. Alles klar? Alles klar? Alles klar? Alles klar? Vielen Dank. Nun hat dein Gegenüber noch ein kleines Geschenk für dich. Und zwar wird dir eine Schatulle überreicht. Mit einem gefalteten Blatt Papier darin. Auf diesem Blatt stehen drei Wörter. Drei Wörter, die dir Mut machen, die dir Energie geben und die dir Kraft geben. Nein, ich kenne diese Wörter nicht. Nur du weisst, welche drei Wörter das sind. Schau dir diese drei Wörter genau an und lass sie in dein Herz. Und wenn du das getan hast und diese drei Wörter in deinem Herzen angekommen sind und du diese drei Wörter fühlen kannst, diese mitnehmen kannst, dann darfst du dieses Blatt Papier ins Feuer werfen. Denn nun brauchst du das Stück Papier nicht mehr. Diese drei Wörter sind nun in deinem Herzen verankert. Die hast du immer dabei. Nun ist es Zeit, dich von deinem Gegenüber zu verabschieden. Im Wissen, dass ihr euch wiedersehen werdet. Es ist ein freudiger Abschied ohne Wehmut. Denn du weisst, dass du dein Gegenüber auf dieser Reise, die du für dich immer wieder machen kannst, wiedersehen kannst und wiedersehen wirst, wenn du dies wünschst. Nun gehst du weit und nimmst eine Abkürzung, die dich nur ganz kurz wieder durch den Wald führt, bevor du wieder die schöne Blumenwiese erreichst. Diese Wiese erscheint dir jetzt noch blumiger und noch schöner als vorher. Als Abschluss setzt du dich mitten in das hohe Gras, riechst den Duft dieser Blumen, schaust in den blauen Himmel und bist vollkommen entspannt. Dieses gute Gefühl, deine Worte in deinem Herzen, diese Freiheit und Leichtigkeit, die du nun hast, darfst du in deinen Alltag mitnehmen. Nun ist es Zeit, wieder zurück ins Hier und Jetzt zu kommen. Du spürst deine Beine, deine Füße wieder bewusst, deine Arme, deine Hände, fängst an, dich wieder zu bewegen, und ganz langsam in deinem Tempo kommst du zurück, ins Hier und Jetzt, wo du dich gerade befindest, an deinem Platz zu Hause. Deine Gedanken kehren zurück und wenn du soweit bist, dann öffnest du wieder deine Augen. Willkommen zurück. Ich hoffe, dass du in diese Reise eintauchen konntest, dass du entspannen konntest und für dich die Dinge mitnehmen konntest, die du gern möchtest. Es freut mich sehr, dass du mit mir auf diese Reise gekommen bist und nun schaue auf dich und gönn dir noch etwas Entspannung und Ruhe. Leg nicht gleich los in deinem Alltag, sondern lass es noch ein bisschen nachwirken und gönn dir einen Moment aus Zeit. Vielen Dank und nun wünsche ich dir und deinen Lieben viel Liebe, Gesundheit und Energie. Auf bald und tschüss.